So oder so, ich dachte ich würde nie alt, ich dachte ich würde nie krank, ich dachte ich wäre ein Duftertück. 40 Grad im Schatten und ich mähte Rasen mit dem Ungetür mit Benzinmotor. Das Ding war groß und schwer wie ein alter VW Käfer und es war selbstfahrend. Dann kam Noah aus dem Heim und meinte, Du hast zu viel Arbeit, ich helfe dir. Okay, sagte ich und weiter, das ist ein feiner Charakterzug von dir. Noah antwortete, während der Essigbäume zupfte, Das ist angeboren bei mir. Nach sechs Stunden war Schluss, auf dem Display standen 13,7 Kilometer. Ich fühlte mich total erschöpft, die Sonne hatte mich komplett ausgedörrt und das Rumwuchten des Meeres ausgelaufen. Um 12.19 Uhr machte ich Feierabend, ging nach Hause und blieb erst mal zwei Stunden im Bett liegen. Ich spürte, ich war alt. Ich hatte mehr Falt wie mancher alte Lederball. Ich roch nach harter Arbeit und Dreck und Diesel. Ein Duftertyp war ich noch immer. Ein Duftertyp war ich noch immer. Detach Jaunica Ich war einfach immer. Ich war einfach immer. Untertitelung des ZDF, 2020